Wenn, Ole Petersen, willst du Nina Bergmann als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren, dir die Treue halten, solange ihr lebt? Ja. Ja, ich will. Nina Bergmann. Willst du, wenn, Ole Petersen, als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren und ihm die Treue halten, solange ihr lebt? Ja. Ja, ich will. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, sie dürfen die Braut küssen. Ja. 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 Ja.